Herzlich willkommen zu einer neuen Hundevermittlung bei strahlendem Sonnenschein aus dem Tierheim in Hannover. Wir beginnen mit der Cookie. Die Cookie ist 2019 geboren, ein Pinscher-Schihuahua-Mix. Und seit November ist die Cookie bei uns im Tierheim, weil die Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, die Cookie zu versorgen, sich um sie zu kümmern, obwohl sie hatte sie auch nur einige Monate. Genau. Und Cookie bekam bei uns im Tierheim erstmal eine Zahn-OP. Sie hatte viel zu lange Kreien. Des Weiteren hat sie eine Patella-Luxation. Das haben ja viele kleine Hunde. Das heißt, die Kniescheibe springt ab und an mal raus, die aber nicht operiert werden muss. Die Cookie hat in ihren bisherigen vier Jahren, so vermuten wir es, nicht wirklich was kennengelernt. Nein, sie scheint wenig kennengelernt zu haben. Sie ist nicht stubenrein und sie kann überhaupt nicht alleine bleiben. Das heißt, sie bellt ausdauernd und intensiv und auch lautstark. So sieht es aus. Das muss man ihr wirklich beibringen. Genau. Es sind Rentner, die auch den ganzen Tag zu Hause sind. Ja, aber wenn man dann doch mal, ne? Also das erträgt sie nicht. Die ist dann den ganzen Tag. Also selbst nur zehn Minuten, ne? Genau. Ja. Und auch das könnte natürlich in einem Mehrfamilienhaus zum Problem werden. Also gerade in der Anfangszeit sollte man sie nicht alleine lassen. Ganz klare Sache. Ja. Und dann muss man halt viel auch mit ihr rausgehen. Viel Geduld haben und das mit ihr üben. Alles. Stubenreinheit. Alles. Und alleine bleiben. Alles. Genau. Und auch anfangs wollte sie gar nicht gerne rausgehen. Inzwischen hat sie aber Gefallen daran gefunden, ne? Ja, sie ist mit Artgenossen verträglich. Sie ist mit Katzen, mit Kleintieren. Ja. Aber sie ist die Prinzessin. Genau. Sie will die Chefin sein. Nein, die Prinzessin. Eigentlich muss es sich um sie drehen. Zu fremden ist sie skeptisch. Also manchen vertraut sie recht schnell. Aber grundsätzlich bindet sie sich eben sehr eng an ihre Bezugsperson. Und dann könnte sie auch durchaus andere Personen, die dann zu nahe kommen, auch mal schnappen. Sie ist nämlich gerade bei ihrer Tierpflegerin ausgesprochen liebesbedürftig. Das kann man glaube ich so sagen. Ja. Und extrem anhänglich. Ja. Also die will kuscheln, schmusen. Die will ihren Menschen nicht von der Seite weichen. Die schläft gerne auf oder neben einen. Immer im engen Körperkontakt. Also die bindet sich schon sehr, sehr eng. Ja. Wir suchen nur einen ruhigen Haushalt für sie. Ja. Hundeerfahrene Jugendlichen wären eventuell okay. Aber die sollten da wirklich schon Hundeerfahren sein. Wir suchen für die Cookie Menschen, die möglichst viel, viel Zeit mit ihr verbringen möchten und auch viel Verständnis für sie haben. Für sie haben. Ja, ganz, ganz wichtig. Und man sieht ja die kleine, drei Kilogramm schwere Cookie, ist ja eine ganz süße. Ja. Vom Herzen her ist sie eine ganz bezaubernde Maus. Cookie wartet auf ein neues Zuhause. Pinscher, Chihuahua-Mix, vier Jahre zu Ferdetresse, bei uns im Tierheim melden. Zwischendurch positive Nachrichten. Denn acht Hunde haben aufgrund der letzten, beziehungsweise überwiegend von älteren Hundevermittlungen ein neues Zuhause gefunden. Und Silke kann die ganze Liste jetzt mal zeigen und vorstellen. Genau. Aus der letzten Hundevermittlung haben der schüchterne Sam und auch der lustige Philippe ein neues Zuhause gefunden. Außerdem wurden der freundliche Finn, die temperamentvolle Makita und auch die stattliche Layla ihre Menschen gefunden. Die habt ihr im Dezember, Januar gesehen. Und auch der unsichere Joker hat seine Menschen gefunden. Den haben wir euch gezeigt im November, Dezember 2022. Ja, und unser bezaubernder Senior Bobby hat auch endlich seine Menschen gefunden. Den habt ihr im Oktober, November 2021 gesehen. Und jetzt kommt der Armer. Ja. Trommelwirbel. Unser großes Sorgenkind Floppy, der fast sein ganzes Leben im Tierheim verbracht hat, ist auch umgezogen. Den habt ihr gesehen im Mai, Juni 2015. Und wir drücken wirklich ein. Einhunden und Einheitern ganz kräftig die Daumen für ganz viele schöne gemeinsame Jahre. Ja, es ist einige schöne Überraschungen in den letzten vier Wochen. Ich habe mich viel zu ergänzen. Du hast nicht viel zu bieten. Ich habe nicht viel zu bieten, das stimmt. Und zwar der verfressene Leo wartet noch auf ein neues Zuhause. Ja, und mein Liebling, das ganz besondere Röschen wartet auch noch auf seine Interessenten. Also es lohnt sich auf jeden Fall dennoch, die Hundevermittlung vom Vormonat nochmal anzuschauen. Jetzt geht es weiter mit einer deutschen Schäferhundhündin und zwar der Mira. Die Mira ist 2018 geboren, also fünf Jahre alt und seit November bei uns im Tierheim. Eine tolle gelehrige Hündin, die gefallen möchte. Aber die eben auch körperlich und mental arbeiten will. Sie fragt halt auch wirklich immer nach Aufgaben. Mach was mit mir, was soll ich tun und so. Sehr temperamentvoll, sehr aktiv. Kein Couch-Potato, überhaupt nicht. Toll mit Artgenossen verträglich. Ja, ist sie. Richtig top. Also im Freilauf ist sie wirklich toll verträglich mit ihren Artgenossen. Allerdings hat sie eine Leinenaggression. Da muss man auf jeden Fall fleißig dran arbeiten. Ja, genau. Vermutlich kannte sie das gar überhaupt nicht. Also sie ist sehr wachsam und auch bereit, ihr Revier oder auch ihren Halter zu verteidigen. Aber wir haben sie hier inzwischen an einem Maulkorb gewöhnt. Ja. Das klappt auch ganz gut. Genau. Gerade in der Anfangszeit. Genau. Ja, zu ihren Bezugspersonen ist sie total freundlich und lieb. Also da ist sie verschmusst und anhänglich. Und lernwillig vor allen Dingen. Ja, und auch verspielt. Ja, deswegen, also hundeerfahrene Jugendliche sind durchaus in Ordnung. Allerdings braucht Mira wirklich einen starken und souveränen Hundeführer, der sie eben nicht nur fördert, sondern ihr auch ganz klar die Grenzen aufzeigt. Bei der Mira gibt es ja eine gesundheitliche Einschränkung mit den Augen. Genau. Da musst du noch mal so ein bisschen was zu sagen. Ja. Also Mira hat leider eine chronische Augenentzündung. Das heißt, sie benötigt mehrmals täglich Augentropfen, starkes Sonnenlicht, so wie heute. Du blendest mich ja auch. Das sollte tatsächlich gemieden werden. Spaziergänge deswegen eher in der Dämmerung oder wenn es bewölkt ist. Oder aber sie müsste halt dann so eine Brille. Gibt es ja extra eine spezielle Brille für Hunde. Genau. Wie eine Sonnenbrille in der Art. Die so eine Sonnenbrille praktisch tragen, weil sie ansonsten erblinden würde. Ja. Das muss man wissen und ja, das ist leider, leider da jetzt rausgekommen. Wir haben auch die Bilder natürlich trotzdem überzeugt und ihr sagt eine deutsche Schäferhündin, ich stelle mich dieser Aufgabe. Es ist natürlich wirklich eine Aufgabe, der man sich auch stellen muss. Ja. Keine Sache, die man irgendwie in drei, vier Tagen mal eben erledigt. Das wird natürlich eine Weile dauern. Man kriegt aber, glaube ich, mit der Mira eine sehr ergebende, sehr treue, sehr liebende Hündin. Ja, auf jeden Fall. Die erbarmungslos ihren Halter lieben wird. Ja, genau. Ganz sicherlich. Von der Seite, deutscher Schäferhund, wir haben es schon, wir stellen uns die Aufgabe, könnte das sicherlich eine tolle Hündin sein. Mira, fünf Jahre alt, wartet bei uns, vielleicht gerade auf euch. Am 03.03.2013, also fast genau vor zehn Jahren, ist die Pixel geboren. Pixel, eine Parson-Jack-Russell-Hündin, die seit Januar bei uns im Tierheim ist. Die wurde wegen Überforderung des Halters bei uns ins Tierheim gebracht. Das Schlimmste oder das Einzige, was man eigentlich sagen muss bei ihr, sie kann überhaupt nicht alleine bleiben. Ja. Gar nicht. Nein. Null. Nein. Da muss man gleich zu Anfang ganz, ganz viel dran arbeiten. Das ist ihr Problem. Tatsächlich. Ja. Ja, anfangs etwas schüchtern, aber nur so ein kleines bisschen. Da sich auch sehr bestechlich ist. Ja. Ich habe ja vorhin mit ihr die Aufnahme, man sieht das auch gerade, ist die sehr schnell vertraut und dann auch kuschelig und absolut tolle Hündin. Tolle Hündin, genau. Anhänglich, verschmust. Und sie bindet sich eben wirklich sehr stark an ihre Menschen und möchte einfach immer mit dabei sein. Ja, und wenn sie nicht dabei sein darf, dann jammert sie halt und bellt. Genau. Und das auch sehr intensiv. Ansonsten freundlich, verschmust. Ja. Wir denken auch kinderlieb. Ja. Vielleicht sogar schon ab fünf Jahren. Ja. Absolut kein Problem. Ja. Sie ist verträglich mit Artgenossen und auch mit Katzen. Genau. Sie geht total gerne noch spazieren, ist noch echt gut fit. Ja. Tolles Grundgehorsam. Hat sie. Gute Leinenführigkeit, alles kein Problem. Kindautofahren. Ja. Es gibt nur tolle Sachen im Grunde. Ja. Einfach eine bezaubernde Maus. Eine ganz bezaubernde Maus. Und ein absolutes Schätzchen. Das musst du jetzt noch mal loswerden. Ja. Ein absolutes Schätzchen. Vielleicht überzeugen euch die Bilder von Pixel. Eine Parson Jack Russell. Könnte auch ein Mix sein. Aber irgendwas Russell-mäßiges. Muss man kennenlernen. Ganz, ganz tolle Hündin. Pixel. Zehn Jahre alt. Wir haben Post bekommen. Von Josi Nadine und ihrer Familie aus Hof. Warum haben sie uns geschrieben? Weil sie im Dezember beim TierheimTV Gewinnspiel teilgenommen haben. und hochwertiges Hundefutter im Wert von 100 Euro dank Animonda gewonnen haben. Tolles Bild, wie ich finde. Ja. Sie schreiben dazu. Liebes TierheimTV Team. Heute Morgen ist unser Gewinn von Animonda angekommen. Josi ist wahrhaftig begeistert. Die Snacks mit Pute durfte sie gleich probieren. Und wir freuen uns riesig. Danke für das Feedback. So. Und auch ihr könnt gewinnen. Sofern ihr denn am Gewinnspiel teilnehmt. Ja. Aha. Wir haben diesen Monat nur vier Einsendungen. Und die Gewinnschancen liegt also bei 25 Prozent und Silke fängt an. Genau. Wir starten mal mit Kai und seiner Hündin Ander, die in Germerode in Nordhessen immer ganz gespannt sind, wer in ein glückliches neues Leben starten konnte. Silke, die zwar schon mit ihrer Hündin Schilos ihre Traumhündin gefunden hat, freut sich aber weiterhin, welch toller Einsatz für die Vermittlung der Tiere bei uns hier gezeigt wird und sendet nette Grüße aus Berlin. Ja. Und die Gewinner vom letzten Animonda-Gewinnspiel sind auch wieder mit dabei. Uschi und Volker mit Hündin Fine von der Schwäbischen Alb. Ihr könnt auch immer öfter mitmachen. Jeden Monat. Ja. Natürlich. Sandra und Markus schauen mit ihrem inzwischen wohlgesonnenen Rentner Kineo aus Bielefeld zu. Für dich. Ich mische mal. Ich stelle die Regeln. Das geht mit meinem Finger. Ein oder mehrere, ne nicht eins, mehrere Bilder. Vielleicht auch einen kurzen Clip. Senden an gewinnspiel.at tierheim-hannover.de. Ein bisschen Infos zu euch und euren Hund oder euren Hunden. Telefonnummer, Adresse bitte nicht vergessen, falls ihr gewinnt, damit sich Animonda mit euch in Verbindung setzen kann und den Satz vervollständigen. Ich gucke TierheimTV, weil. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hochwertiges Hundefutter dank unseres Sponsors Animonda im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Silke hat gemischt. Du hältst es fest, komm ich nehme das, bevor es hier wegfliegt. Da haben wir die oder den Gewinner. Gewonnen hat Kai mit Hund Ander aus Germrode in Nordhessen. Und sie schreiben, ich gucke TierheimTV, weil. Weil Anna und ich immer gespannt sind, welche Tiere ein neues Zuhause gefunden haben. Ja, das finde ich auch immer spannend. Herzlichen Glückwunsch. Das stimmt. Und Kai, wenn das Hundefutter bei euch angekommen ist, Animonda setzt sich mit dir in Verbindung, damit es auf deinen Hund Anna abgestimmt wird, schick uns gerne ein oder mehrere Bilder. Ja, wir freuen uns darüber. Mitmachen und Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen. Toi, toi, toi. Und schon sind wir beim letzten Hund angelangt. Und zwar ist das der Toscha. Der Toscha ist im Juli letzten Jahres geboren. Ein Mix. Ja. Da wollen wir uns doch gar nicht festlegen. Ja. Der ist seit September bei uns im Tierheim. Ja, der kam mit seiner Familie aus der Ukraine. Mhm. Ist da geflüchtet. Die Heiter sind geflüchtet. Und hier sollte es klappen, der ist dann irgendwie nicht mehr, ne? Genau. Also der Toscha hatte halt vorher so ein unbeschwertes und freies Leben auf einem Hof. Und ja, mit der Veränderung und den vielen Regeln, die da auf ihn einstürmten. Plötzlich musste er an der Leine gehen. Viele Menschen, die was von ihm wollten. Da kam er nicht mit zurecht und hat dann wirklich mit starken Abwehrverhalten gegenüber Menschen reagiert. So sieht das aus. Genau. Also es hat auch wirklich lange gedauert, bis er wieder Vertrauen zu seinen Pflegerinnen gefasst hat. Aber hat er sie erstmal in sein Herz geschlossen, dann ist er freundlich, anhänglich, verschmust. Ja. Eine absolut treue Seele. Mit ganz viel Charme, ja. Die lässt er dann auch nicht mehr los, ne? Also das ist dann auch wirklich sehr innig. Genau. Der ist gut verträglich mit Artgenossen. Ja. Wir würden ihn auch gerne als Zweithund vermitteln. Dieser könnte ihm eben auch noch mehr Sicherheit bieten. Der ist natürlich, der ist ja noch jung. Eben. Der ist natürlich auch noch sehr, sehr verspielt. Ja. Also. Genau. Und das macht er auch. Hier sitzt er ja auch in einer großen gemischten Hundegruppe und da ist er halt auch, ne? Ja, ein Kaspar spielt mit jedem, ne? Der geht doch gut an alleine. Ja. Wäre auch für ausgedehnte Wanderungen zu haben. auch hier denken wir, Hunde erfahrene Jugendliche wären in Ordnung. Allerdings ist es schon so, dass Fremde ihn nicht bedrängen oder anfassen dürfen. Es könnte sonst sein, dass er auch zuschnappt. Oder beißt sogar richtig. Ja, genau. Und das ist natürlich auch, was seine neuen Halter wissen müssen und wo sie einfach vorausschauend handeln müssen. Immer denken, es kommt Besuch, bisschen vorsichtig. Genau. Herr Toscha. Und auch Abstandsfahrung halten. Toscha will erst selber entscheiden, sich kennenlernen. Genau. Dann klappt das vielleicht auch ganz gut. Wir suchen daher einen ruhigen Haushalt und das, wir denken, ländliche Umgehung wäre ideal. Ja. Ist nicht unbedingt ein Stadthund. Ja. Wie viele Einflüsse. Genau. Wer nicht, dass das dann wieder ihn überfordert. Genau. Was fürs Land. Ja, und um Toschas Herz zu erobern, ja, müssen die Interessenten wirklich eine längere Kennenlernphase in Kauf nehmen. Das heißt, sie müssen Toscha schon mehrmals hier bei uns im Tierheim besuchen, damit der erst mal ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufbauen wird. Er ist ja bildhübsch. Ja. Und ich glaube, wenn man mit dem vielleicht zehn Mal draußen war, vielleicht das eine oder andere Leckerli auch dabei rüberkam, die Tierfleger geben natürlich da auch viele Tipps und Hilfestellung, dann wird das auch klappen. Ja. Der Toscha. Ein Mix, was immer alles sein mag, knapp ein Jahr alt, sofern Interesse, lasst es uns wissen. Das war's für diesen Monat. Ja. Sofern nicht das passende dabei war, ihr guckt euch natürlich nochmal die Hunde für Vermittlung vom Vormonat an. Verabschieden wir uns von euch. Bis dann. Tschüss. 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 Ultimately. Skills.